Okay, ich mach wieder soweit, dann bin ich nicht so viel rum. Kommt das unhöflich? Für den Zuschauer? Geht los, hallo. Hi, Rupi. Hallo, Niri. Hand oder Elektro-Zahnbürste? Elektro-Zahnbürste. Tee oder Kaffee? Ähm, Kaffee momentan. Das Unentwickste, das du mir für Geld gekauft hast? Ähm, ein Kartoffelstampfer. Noch nie benutzt. Kannst du mit Schirken essen? Yes. Müssi oder Brötchen? Ähm, Brötchen. Zu welchem Element geht hier, die Jungen im Periode ist hier? Äh, zu den Gasen. Strand oder Schnee? Strand. Burger oder Lampfilet? Ähm, Lampfilet. House of Cards oder Game of Thrones? Ähm, Game of Thrones. Dein allererster Job? Kinokarten abreißen im Jüster-Inselkino. Muffins oder Mett? Muffins. Äh, fieser, fieser Mettunfall hier im Büro passiert. Seitdem habe ich nie wieder Mett gegessen. Kriegsdoku oder Teleshopping? Beides fies. Ähm, Kriegsdoku. Club oder Bar? Club. Wie lange hält dein Handy-Akku? Äh, von 100 bis 30 Prozent. Ungefähr einen halben Tag und dann noch zwei Minuten. Wie viele Nachkommastellen von Pi kennst du? Ungefähr alle, aber das würde zu lange dauern. Ähm, 3,1265, vier Stück. Buchstabierstika-Album, rückwärts. Ähm, M, U, B, L, A, R, E, K, C, I, T, S. Pizza oder Döner? Pizza. Was für Pizza? Ähm, Schinken, Champignons oder einfach nur gute Mozzarella. Schlechtes Schulfach? Ich glaube, klassisch Mathe. Note? Ich habe schon mal eine 6 geschafft, einmal in der 7. Klasse jetzt. Wie siehst du aus, wenn du dich freust? So ungefähr, glaube ich. Danke, Ligipi. Besser, Ligipi.